Tag Leute und damit herzlich willkommen zu DTube! Ja, was ist denn das jetzt schon wieder? Schon wieder so ein YouTube-Abklatsch oder eine mögliche Konkurrenz, die dann doch wieder versagen wird oder so. Vor einem halben Jahr hatten wir gerade in Deutschland ja diesen riesengroßen Widme-Hype oder was heißt riesengroß. Der war kurz groß und dann war er ganz schnell wieder vorbei. Ja, und jetzt haben wir die nächste Plattform, die eventuell eine Konkurrenz zu YouTube darstellen könnte. Oder eben auch nicht. DTube gibt es jetzt schon eine ganze Weile und ja, gewinnt langsam ein bisschen mehr an Bekanntheit, auch im deutschen Raum. Und deswegen bin ich auch darauf aufmerksam geworden und schau mir das Ganze jetzt mal an. Und es gibt echt sau viel über diese Plattform zu sagen. Es ist, um schon mal ein bisschen vorwegzunehmen, es ist in keinster Weise so wie Widme. Es ist ein komplett anderes Prinzip. Zuallererst mal, woher kommt DTube? DTube ist im Grunde eine Erweiterungs-App oder wie auch immer man es bezeichnen möchte für Steam-It. Steam-It ist eine Blockchain-Plattform und Leute, ich bin ehrlich, ich habe keinen Plan, wie genau das alles funktioniert. Ist auf jeden Fall mehr was für die technisch Interessierteren daran. Soweit ich nur weiß, ist das eine ganz andere Technologie. Wer sich dafür mehr interessiert, der kann auf jeden Fall mal bei Semper-Video vorbeigucken. Der ist da gerade im deutschen Markt ja sehr engagiert und ja, macht da sehr viel mit. Also ja, ich denke, wenn man sich informieren möchte, sollte man bei dem mal vorbeischauen. Jetzt aber erstmal hier eine Erklärung für doofe Leute wie mich, was man eigentlich machen muss. Also, um sich bei DTube anzumelden, muss man sich im Grunde bei Steam-It anmelden. Und das ist schon die erste Sache, ja. Also, ist im Grunde gar nicht mal so kompliziert, aber es ist doch deutlich komplexer als bei Seiten wie YouTube oder Twitter oder sonst irgendwas. Du gehst halt auf Steam-It, meldest dich da an, musst dann deine E-Mail-Adresse angeben, ganz normal, und auch Händennummer. Und ja, dann kannst du ja einen Namen aussuchen. Das Geile ist, das ist halt jetzt eine komplette neue Plattform wieder und du hast dann halt direkt die URL, deinen Namen, komplett gesaved. Nicht so wie bei YouTube. Das heißt, einmal ergattern, jetzt wo die Plattform noch relativ unbekannt ist, in Anführungszeichen. Und naja, okay, sie ist schon echt sehr unbekannt. Kann man sich noch da alles sichern, was man möchte. Das Ganze hat nur einen großen Haken, was ich auch, ja, ziemlich als Problem sehe, dass die Plattform für die breite Masse attraktiver wird. Nämlich, sobald du das erstmal gemacht hast, also dich anmelden wolltest, dauert das dann erstmal vielleicht eine Woche oder auch zwei, ehe du dann tatsächlich angemeldet bist, weil dann musste ich erst einen Mitarbeiter von DTube tatsächlich freischalten, so wie ich das verstanden habe. Auf jeden Fall wird es, ähm, ja, manuell gemacht und dauert. Es dauert wirklich eine ganze Weile. Beziehungsweise entschuldigt, ein Mitarbeiter von Steam-It. DTube ist ja nur eine Edition, also quasi ein Extra-Programm dazu. Man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, wie Steam-It ist die Hauptplattform, wie zum Beispiel Google. So, dann hast du bei Google, hast du Google Drive, Google Maps und so weiter. Und das sind halt dann hier bei Steam-It, DTube und viele, viele andere Sachen. Und DTube gewinnt halt gerade hart an Bekanntheit und deswegen, ja, fokussiert man sich da ein bisschen drauf. Mach ich jetzt auch so Steam-It selbst? Du kannst mit dieser Plattform so sau viel machen. Du kannst, also du hast deinen eigenen Blog, du kannst, also, das ist so verdammt umfangreich. Da kannst du, da kannst du Lebenszeit rein investieren, ey. Das ist, oh. Aber naja, konzentrieren wir uns ein bisschen mehr auf DTube. Also, wenn du Steam-It hast, musst du dich mit deinem Steam-It bei DTube noch anmelden. Und das ist im Grunde alles ein und dasselbe und das ist alles verbunden mit denselben Werten und so weiter. Also, du hast einen Account, der für die ganzen Sachen nutzbar ist. Ganz wichtig dabei ist, savet euch euer Passwort. Ihr könnt, soweit ich weiß, auch ein eigenes Passwort anlegen, aber ihr kriegt eins vorgeneriert oder könnt auch neue generieren lassen. Ist eigentlich scheißegal, aber, ähm, die generierten sind schon ganz schön gut eigentlich. Wichtig ist nur, ihr braucht dieses Passwort für alles. Wenn ihr irgendwas in euren Einstellungen ändern wollt vom Account, jedes Mal braucht ihr das Passwort. Also, auf dieser Plattform gilt umso mehr, eigentlich sollte man das überall machen, aber hier halt wirklich extrem viel, savet euch euer Passwort. Überall. Dann ins Kanal einrichten und so, da muss man auch erst mal durchblicken. Da werde ich jetzt nicht drauf eingehen, vielleicht irgendwann nochmal. Aber gut, ich hab mich jetzt hier schon wieder so hart verplappert. Und, ähm, die wichtigste Sache, die wahrscheinlich die meisten Leute interessieren wird. Ähm, es gibt keine Views auf, auf YouTube. Gibt's nicht. Ist nicht. Es werden keine Views angezeigt. Werden nicht gezählt. Sind scheißegal. Stattdessen gibt es vier zentrale Werte, die wirklich ausschlaggebend für alles sind. Steam Power, Steam Dollar, Voting Power und Reputation. Die Voting Power gibt an, wie aktiv du sein kannst, wie, äh, wie aktiv du Videos liken kannst und Kommentare. Ähm, jedes Mal liken verbraucht einen gewissen Betrag an Power. Ich weiß nicht, wie sich das genau berechnet, aber das ist auf jeden Fall so. Ähm, und das Interessante an der ganzen Sache ist halt, dadurch machst du Geld. Kryptowährung, die Steam, äh, Dollar, ist die Kryptowährung. Ist einfach im Grunde, äh, so eine Kryptowährung wie Bitcoin oder andere halt auch. Nur wie gesagt, es gibt halt keine Views, es gibt Steam Dollar. Wenn du jetzt ein Video oder einen Kommentar likest, dann verdienst du damit Geld und demjenigen, den du halt dem Like gibst, der verdient damit Geld. Nur die Krux an der ganzen Sache ist halt, ähm, du bist am Anfang nichts wert. Äh, am Anfang hast du halt sehr, sehr wenig Steam Power. Und je weniger Steam Power du hast, umso weniger wert bist du auch. Das heißt, ähm, je mehr Steam Power du hast, umso mehr Geld bringt dein Like auch. Das Ganze funktioniert am Ende so, je länger du aktiv auf dieser Plattform unterwegs bist, umso mehr Einfluss kriegst du. Also immer schön liken und kommentieren und wenn andere Leute deine Kommentare liken oder eben gegebenenfalls Videos. Alles das spielt darin hinein, dass du mehr Steam Power kriegst, womit du mehr wert wirst und womit deine Likes mehr wert werden. Wodurch dann wiederum halt die Leute, denen du likest, gibst, mehr Geld verdienen und wodurch du mehr Geld verdienst. Beziehungsweise noch ist das Ganze ja kein Geld, sondern Steam Dollar. Dann gibt's aber noch einen Twist an der ganzen Sache. Also, ähm, normal, du kannst das einstellen, aber standardmäßig ist auch eingestellt, und das sollte man eigentlich auch so lassen, 50-50. Das heißt, die Steam Dollar, die du verdienst, werden nur zu 50% in Steam Dollar, äh, umgewandelt, die du dann dir tatsächlich am Ende auszahlen lassen kannst. Und die restlichen 50%, ähm, gehen halt in deine Steam Power. Die heißt, die pushen deine Power, deine Influence, deinen, äh, Wert. Der blaue Blitz mit der Prozentanzeige ist übrigens die Voting Power. Das heißt, ähm, wenn die noch hoch ist, könnt ihr halt noch öfter liken und aktiv sein. Ähm, ja, und je mehr ihr das tut, umso niedriger geht die. Ähm, ist natürlich auch irgendwo logisch, weil sonst würde ja irgendwann einfach unendlich Geld erstellt in unendlich kurzer Zeit. Das heißt, das ist so eure einzige Limitierung. Wo wir gerade beim Thema sind, alles andere wird nämlich nicht limitiert. Du kannst hochladen, was du willst. Es gibt keinerlei Filter, kein gar nichts. Geht alles. Theoretisch, wenn die falschen Leute diese Plattform zu viel nutzen, könnte das Ganze ein Ding werden mit nur geklauten Videos oder eben, was weiß ich, illegalen Film- und Serien-Uploads und so. Und, äh, das würde früher oder später halt irgendwie Konsequenzen nach sich ziehen. Und das wäre scheiße. Also, es wäre schon cool, wenn diese Plattform einfach so legal bleibt, freiwillig von den Nutzern aus, auch wenn es die Möglichkeit gäbe, da Bullshit zu bauen. Der rote Stern im Bild übrigens, ganz rechts, ist eure Reputation. Äh, soweit ich das verstanden habe, ist das einfach nochmal der insgesamte Wert, wie angesehen ihr nun mal seid und wie viel Einfluss ihr habt. Äh, ja, falls es irgendwer besser weiß, berichtet ich mich. Also, wie gesagt, ich kenne mich hier auch nicht großartig aus. So, das war jetzt erstmal der Overview, was muss ich wissen, wenn ich mir einen Account machen möchte und wie funktioniert das gesamte System für Dover erklärt. Dahinter steckt natürlich sehr viel mehr, aber, juh, das verstehe ich selber nicht so ganz. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr mehr von diesem Thema haben wollt. Es gibt noch so viel zu dieser Plattform zu sagen und generell, ähm, was es für mich jetzt erstmal bedeutet, ist, ich denke, also ich werde auf jeden Fall dieses Video hier sowohl auf YouTube als auch auf DTube veröffentlichen. Und dann mal gucken, was ich mit DTube zu machen. Also, ich meine, es ist schon, äh, da steckt sauviel Potenzial drin, was ich ganz gerne mal nutzen würde und zumindest mal austesten. Genauso wie bei Vidmi damals, nur diesmal halt mit sehr viel näherer Connection zum Geld tatsächlich, was das Ganze, ehrlich gesagt, ganz schön reizvoll macht. Aber natürlich ist das Ganze nur ein Rumspielen und, ehe man da irgendwie großartig erfolgreich werden könnte mit irgendwas, das, das, das ist in weiter, weiter, weiter Ferne. Im Grunde ist es genauso wie überall. Letztendlich brauchst du die Unterstützung der Zuschauer und davon viel, also wirklich Aktivität. Und, ja, ähm, mal davon abgesehen, dass wahrscheinlich keiner seinen Arsch hoch bewegen wird und, äh, sich jetzt wegen mir dort anmelden wird. Und, ja, ähm, ja, ich gehe davon aus, dass da nicht wirklich viel passieren wird. Aber, wie gesagt, ich probiere es einfach mal. Out of fun! Mich interessiert einfach, wie sich dieses vorhandene Potenzial in den nächsten Monaten so entwickeln wird, was da passieren wird. Und, ja, ist halt die Frage, ne? Zum Beispiel Klängern hat er ja schon mal ein Video drüber gemacht, aber, äh, viel mehr so in der deutschen Community. Ich weiß nicht, ob es da viel mehr gibt. Also, es könnte sein, dass da ein Hype ausbricht. Es könnte sein, dass das alles so vor sich hin tuckert und nicht viel passiert. Aber es ist halt einfach so spannend, das zu beobachten. Und, ähm, mittlerweile doch noch einer der Ersten zu sein wieder, der das Ganze sich vielleicht irgendwann zunutze machen könnte. Vielleicht auch nicht. Also, das wäre es jetzt erst einmal mit diesem Video gewesen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, wenn nicht, dann nicht. Und, ja, ähm, kommentiert auf jeden Fall auch, ne? Ist auf jeden Fall wichtig. Ich hätte schon Bock, da ein bisschen mehr zuzumachen. Wenn euch das interessiert, sagt mir wirklich Bescheid. Also, ähm, ja, und wenn nicht, dann gucke ich mal, wie ich Bock habe, ob ich dann was noch weitermache oder nicht. Ähm, ja. Jetzt würde ich aber erst mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin! Ciao, Leute!